Wir sehen die ersten Wookies in einem NFT, unter anderem gehen wir auf die nächsten Drops ein, die kommen werden. Unter anderem gibt es eine sehr große Spekulation zu diesem Video, welches wir bekommen haben und uns wahrscheinlich einen Drop anteasen wird. Schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal den Todd Rebound ganz genau an, was ist denn dort eigentlich passiert. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein VVUG mit den wichtigsten VVNews, die du auf jeden Fall da draußen wissen musst. Und ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle auch direkt rein in die Themen, denn heute gibt es auf jeden Fall wirklich eine Menge, Menge Themen von Drops bis Fehlern und so weiter und so fort. Deswegen, let's go up ins Video. Starten wir als allererstes mit dem ersten Drop und zwar sehen wir nämlich hier die nächsten Star Wars Holiday Poster. Das Ganze wird in insgesamt vier Poster Varianten droppen. Wir sehen das Ganze am Samstag, dem 17. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit, im Blindbox Format natürlich wie immer. Und hier sehen wir zum Beispiel schon ein Cover bzw. ein Bild einmal drauf, in dem Fall hier mit Wookies. Natürlich ein bisschen in Weihnachtsstimmung einfach an dieser Stelle, aber finde ich auf jeden Fall einen coolen Schachzug. Ich persönlich hätte mir eher den Wookie als NFT richtig gewünscht, also als einzelnen Charakter. Aber gut, vielleicht bekommen wir den auch noch im nächsten Jahr. Anschließend haben wir auch von Marvel hier eine nächste Poster Series und zwar nämlich zu den Fantastic Four. Insgesamt wird es hier nur eine Variante geben und das nämlich als Holiday Card. Das Ganze wird am Sonntag, dem 18. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Ist an dieser Stelle ja ein Geschmacksposter, würde ich jetzt mal sagen. Ist in einem eher kindlicheren Stil gezeichnet. Natürlich nicht schlecht. Der Stil an sich ist halt einfach nur kindlich. Die Zeichnung an sich ist natürlich schon ziemlich gut, muss man ganz klar sagen. Sehr detailreich. Aber nichtsdestotrotz wirklich hier auch Sachen, die man einfach mögen muss. Für mich persönlich sind keine Jobs an dieser Stelle mit dabei, die ich mitnehmen werde. Und als nächstes kommen wir zu einem Video, was Vivi gestern Abend gepostet hat und hier wieder mal natürlich für viele Spekulationen gesorgt hat. Und dieses Video bzw. diese Videos kündigen häufig einen nächsten Job an. Was für ein Job das sein wird, wissen wir natürlich nicht. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich aber ein Marvel-Job sein wird bzw. ein Job aus dem Marvel-Universum. Und ich würde sagen, wir schauen das ganze Video einfach mal an. Und du kannst mir auf jeden Fall sehr gerne deine Vermutungen, deine Ideen unten in die Kommentare schreiben, was du damit assoziierst oder was dir da als erstes in den Kopf kommt. Was man jetzt hier nicht wirklich sagen kann, was es jetzt wirklich ist. Also es gibt viele Vermutungen. Natürlich hier wieder auch die Leute, die natürlich hier auch Pokémon in Verdacht haben. Das glaube ich an dieser Stelle tatsächlich nicht. Dadurch, dass wir tatsächlich aber diese Videos häufig immer nur bei Marvel-Lizenzen bekommen haben bzw. bei Marvel-Charakteren, gehe ich halt sehr stark davon aus, dass es halt auch ein Marvel-Charakter sein wird. Ja und was könnte das Ganze jetzt sein bzw. es könnte auch National Geographic sein. Dadurch, dass es halt zu Disney gehört, Marvel ja auch zu Disney gehört, könnte das auch was sein. Ansonsten wäre tatsächlich aber hier sowas in der Art wahrscheinlich eher zutreffend. Wir wissen es aber im Endeffekt nicht. Ich werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, sobald es dort irgendwelche neuen News zu dem ganzen Job gibt. Ich gehe mal davon aus, dass wir aller spätestens morgen früh auf jeden Fall mehr wissen werden. Hatte das ganze Video bis zu genau diesem Punkt hier gerade gefallen, dann gibt dem ganzen Video sehr gerne ein Like, unterstütze meine Arbeit und teile das Video so über den YouTube-Algorithmus an noch mehr Menschen. Jetzt geht es aber auf jeden Fall weiter mit dem zweiten Part des Videos. Ja und ansonsten kommen wir zu einem sehr seltsamen Update und zwar gibt es nämlich für alle iOS-User auf jeden Fall ein neues Update. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das auch auf Android ist, weil ich leider kein Android habe. Nichtsdestotrotz gibt es ein neues Update und hier wurden natürlich wieder mal ein paar Fixes gemacht. Für alle Comics wurden auf jeden Fall hier auch die Editions korrekt angepasst in den Details. Was aber tatsächlich verschwunden ist und was völlig unerwartet kommt, ist nämlich hier, dass plötzlich die Remaining- und auch Burned Edition-Details weg sind. Wie ihr seht, ich komme gerade hier aus dem Schnitt und das Ganze wurde tatsächlich nicht komplett entfernt, sondern ausschließlich aus den Charakteren bzw. aus den NFTs, wo das einfach keinen Sinn macht, wo einfach auch nichts geburnt wurde. Das Ganze wurde jetzt wirklich nur auf die NFTs begrenzt, wo wirklich auch etwas geburnt wurde, wo man es auch wirklich braucht. Also hier auf jeden Fall eine ganz kurze Anmerkung an dieser Stelle. Ja, und ansonsten kommen wir mal auf den Batman-Utility-Drop zu sprechen. Und zwar gab es ja hier nämlich den Fall, dass man 48 Stunden Zeit hatte, wenn man hier sozusagen das erste Set hat, dass man hier den Code redeemen kann. Die Leute, die den Code in 48 Stunden nicht eingelöst haben, da kam tatsächlich der Drop wieder zurück in den Markt. Und jetzt kommt nämlich der komische Part. Alex hat nämlich gesagt, dass das Ganze wirklich punktgenau dann um 21 Uhr deutscher Zeit auf jeden Fall dann im Rebound gestern Abend droppen hätte sollen. Das ist aber tatsächlich nicht so passiert. Wir können uns das Ganze auch nochmal anhören von Alex, was er hier genau gesagt hat. Ja, ein bisschen traurig und ein bisschen seltsam tatsächlich auch, dass das Ganze dann heute Morgen um ca. 6.30 Uhr in etwa dann gedroppt ist. Ist wieder mal tatsächlich ein sehr dummes Missverständnis, muss man ganz klar sagen, dass das Ganze erst mal 10 Stunden später kommt und dann nicht mal irgendwie punktgenau oder mit einer Ankündigung. Finde ich an dieser Stelle sehr, sehr schade und hat mich persönlich auch enttäuscht, da ich wirklich auch noch versucht hatte, hier um 21 Uhr deutscher Zeit gestern was zu bekommen. Kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, ob du vielleicht aber trotzdem was bekommen hast. Wenn ja, würde mich das auf jeden Fall natürlich sehr freuen. Ich würde an der Stelle aber sagen, lassen wir uns nicht so negativ beeinflussen und switchen direkt zum nächsten Thema. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen, wichtigen News, die du auf jeden Fall wissen solltest. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir aber da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.